Heyo, mein Goff-Freunde, wie ich sie jetzt sagen würde. Du sagst Hallo, mein Goff-Freunde. Also Hallo, mein Goff-Freunde, sorry. Und damit herzlich willkommen zu Let's Show-Will. Und klick mal in 3, 2, 1, so. Achso, scheiße, ja, okay. Dann spring hier rein in 3, 2, 1, los. Oh, ich bin zu früh reingesprungen, geistig behindert. Ja, egal, ich glaube, warte mal, du bist nicht in meiner Runde, glaube ich. Nee, ich bin nicht. Okay, Schnitt. Okay, perfekt, jetzt haben wir's. Ja, Leute, wir sind jetzt in der Minecraft-Runde mit dem echten Cedric HDLT. Ich habe heute mal einen Fan mit im Video. Digger, also wirklich, zu meiner Ausrede, ne? Ich habe nur deine Videos immer durchgeklickt, um zu gucken, wo ich aufnehmen kann. Ja, und ich habe das die ganze Zeit aufs Joke in meinen Discord-Post gesagt. Ja, das ist mir schon klar, dass du so ein Joke gesagt hast, dass ich ernst weiß. Aber ich wollte es trotzdem mal so nebenbei gesagt haben. Ach, jo, ich sag ja echter Fan, Jungs. Ne, aber ich fand's dann witzig, auch hin und wieder mal zu kommentieren. Das musste dann schon sein. Ich musste ja auch sofort dann da lassen. Dafür, dass ich die Videos dann klaue. Ja, das war übrigens schon die Runde, ne? Wir sind die letzten beiden. Ja, ich hab schon No-Friends gefallen. Ey, ich hab dich noch gar nicht geädatet zu meiner Verteidigung, aber du warst auch noch nicht in meiner Nähe. Oh, echter Hissi gewonnen. Ja, Hissi, echter Hissi gewonnen, gegen echten Zettel. Oh, scheiße, Alter. Das muss natürlich rausgeschnitten werden, ja. Die Aufnahme ne halbe Sekunde zu spät gestanden. So zweller Rülpster drauf, Mann. Das ist kein Rülpster. Ich hab einfach nur so richtig Arschkrebs in meinem Hals gehabt, aber... Ach so, okay. Hab ich seit vier Wochen? Sollte ich mal zum Arzt gehen? Auf jeden Fall. Nein, mach ich nicht. Einfach Halskrebs ohne zu rauchen. So, demnächst hast du auch so ne Gegensprechanlage an deinem Hals, wo du so draufdrücken musst, um zu reden. So, aber... Einfach niemals... Hier ist ein anderer Cheater, glaube ich. Okay, ne, der hat einfach nur schnell aussortiert. Oh, okay. Hat du schon... Wir sind schon wieder die letzten. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich... Dieser Server ist viel zu... Leer. Haha. Vielleicht. Wissen Sie so. Oh, Fallschaden, ups. Ich hab keinen Neufall an. Ja. Das hab ich schon wieder verloren. Das ist natürlich doof. Der echte Hülsi zweimal... Ah, einfach der beste Minecraft-Spieler der Welt. Oh mein Gott. Ich bin das Original ab jetzt. Haha. 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 Möchte mich jetzt schon umbringen. Aber in die nächste Runde, bitte. Okay, perfekt. Ah, du hast auch einfach wirklich Halskrebs. Nice, Alter. Also... Ja, Halskrebs seit vier Wochen. Ach ja... Ja? Ja, sag du. Sorry, ich hab keinen reden. Okay, dann halt. Ich wollte nur über meinen Hals reden, in Anführungszeichen. Ich werde es auch nicht rauschneiden. Aber ich hab auch so grünen Schleim im Hals. Oh Gott. Mh. Mh. Yummy, Alter. Ich sollte jetzt wirklich langsam mal zum Arzt kommen. Jetzt langsam wirklich mal. Haha. Ja. Zehn von Zehn wirklich. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Nee, aber was ich sagen wollte, ich hab ein neues Mikrofon. Ähm. Das hört sich aber heute noch nicht so gut an. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen Hintergrund rauschen. Morgen ist nämlich dann das Mischpult dann da. Und dann hört sich's wahrscheinlich richtig knusper an. Hoffen wir. Und... Ja, genau. Hoffen wir. Und wenn nicht, dann wird's halt auch zurückgesendet. Was soll ich sagen? So. Hab halt meine AirPods Max zurückgesendet. Und dafür dann lieber was in die Community investieren. Und what the fuck. Ich bin runtergefallen. Darf ich? Oh. Ich darf nicht auch fliegen. Ja, ich hab die Runde wieder gemacht. Drei von drei Jungs. Was soll ich erzählen? Ich... Ich... Also ich hab... Also... Ähm... Weil der eine... Der eine Mensch nicht fliegen kann und ich nicht auf Hilex darf. Ja. Wir spielen auf jeden Fall jetzt auf Librecraft im Echten. Mhm. Achso. Weil... Ich glaub du hast das auch in deinem Video... Was hast du mir gesagt? Was für ein Server ist das vom Land her? Äh... Spanisch oder irgendwie sowas. Italienisch. Keine Ahnung. Wir haben irgendeinen Typ geschrieben, das ist Franzo... Französisch. Also... Von den Farben macht's auch Sinn. Tja. Aber... Irgendwie auch nicht. Wie... Wie hab ich's geschafft mit einem Scaffold runterzufallen auf Librecraft? Das hab ich noch nie geschafft mit der Config. Fick. Hä. Ja. Das hört sich nicht wie du ich so an. Und ich muss sicher nicht... Also... Bei mir funktionen jetzt super. Nur ich hab nicht genug Blöcke. Das ist blöd. Ahja übrigens... Hier... Um das... Hier nochmal anzumerken. Ich hab die ganze Zeit nur am übersteuern wegen Hissi. Weil der nichts gesagt hat. Also alles Hissi schuld. Wie immer halt. Also schreibt in Hissis Kommentare, dass er voll scheiße ist und so. Weil ähm... Ja. Ja. Also irgendwie hat der Breaker auch nichts gemacht in der Config. So what the fuck. Also ich... Ich bin wieder runtergelaufen wegen... Haben die ja Anti-Cheat hier wirklich geupdatet? Weil der Tower ist auch nicht mehr in der Config drin. Aber die Config ist auch zwei Monate alt, muss man dazu sagen. Ja, aber die war davor auch alt und war aber anders. Und... Gut. Und hatte so einen Tower und... Ja. Brandon, schreib mal in die Kommentare. Was hast du verkackt? Echt mal Brandon? Mann ey. Scheiß Brandon ey. Mann ey. Immer diese... Junge Alter, mit diesem Blog-Placement hättest du mich fast ins Volt geschickt. Du ekelige Person, Alter. Oh. Ich meine Verteilung ist inzwischen eine Reflexion. Vor anderen Leuten, hm. Ne, als sonst noch... Also Reflexen, Anti-Made zu sein. Ja, ja, ja. Versteh ich. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ja. Wird man hier nur geflamed, Alter. Ich sterbe hier halb wegen der Auflaube. Kennst du was anderes bei Haze außer Trashtalk? Ne, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Äh, La Karma de Rojo Fui Destroyer. Wahrscheinlich ist das Französisch, oder? Ja, hat mir irgendein Typ gesagt. Oh mein Gott. Ey, ich wollte mich ja jetzt nicht über dich lustig machen, sondern bei dem Typen. Also chill mal jetzt. Okay, ich schwöre schon. Los, Azul ist so ein Hack. Ne, er sieht aus wie Spanisch. Okay, ja. Okay, der Speed flagged aber einfach auch nach einer Zeit. Okay, noch immer. Das ist blöd. Konfig nicht so gut. Konfig nicht so gut. Was soll man machen? Einfach branden nachher Flamer auf dem Discord. Link in der Videobeschreibung, Kroffelkopter. Ey, warte mal, die haben ja noch ihr Bett. Warte mal, ups, 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 ups. Ich bin grad nen Umweg gegangen, um zum Bett zu kommen, weil es sind, ja. Digga, wie lange überlebt der Mann? Okay. Ich geh, ich geh hier weg. Also, das ist, ähm. Ja, ich bin ja auf dem Weg zu Team Grau. Ich hab grad ne halbe Stunde gefühlt auf den eingeschlagen. Äh, ja. Wenn die respawnen, haben die halt diesen respawnen. Ach soooo. Ja, genau. Ich fahr jetzt durch, aber... Okay, ist ja... Ah. Ist das unser Bett, oder? Nee, Grau ist das Bett, wo ich gerade bin. Ach so, du hast... Ah, okay, okay, okay. Jetzt versteh ich die Sprache. Die Musel-Sprache. Ja. Bin ein guter Nate. Ja, ja. Hab uns auch mal Schärfe gekauft. Alter, krank. Also, bis Blaubett ist auch dauernd, wir müssen ihn nur noch töten, wenn du Bescheid weißt. Okay, dann gehst du nicht im Blau durch. Ah, der Typ kommt grad zu mir. Ist praktisch. Nee, ich schwör, Alter, dieser Server, also... Entweder, äh, Brandon Eumel oder... Okay, perfekt. Bin der Beste. Alter, krank. Ja. Äh, wow, wow, wow. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt alle, wie gut sie ist, dass er ein Legit mit einem Hack-Client getötet hat. Aufm absoluten Dog-Anti-Cheat. Schreibt's alle in die Kommentare, dass er der Allerbesteste ist, damit er sich besser fühlt. Ja, schon. Ich würd' sagen, wir sehen uns in der letzten Runde wieder, Fragezeichen. Ja, ich muss gleich mal gucken, wie lange wir aufgenommen haben. Alter, wir haben ne volle Runde bekommen. Das ist ja wirklich geisterkrank. Ja, schon. Muss man sagen, das ist ne krasse Leistung von uns. Ja. Aber merkt euch schon mal, äh, in Hissis Kommentare schreiben, dass er der tollste Minecraft-Spieler ist. Und... Und das ist seine Schuld, dass das ja im Übersteuern war. Also... Hast was Positives und was Negatives. Ist doch auch mal schön. Ja, schon. Aber ich mein' nicht nur Legend-Spieler in meinen Kommentaren. Ist toll. Oder Menschen... Ich bin wieder runtergesprungen, Alter. Ah, ich bin so behindert. Lol. Der hat mich scaffold-walken sehen aus dem gelben Team. Und ist instant geliebt. Und der andere jetzt auch. Das ist natürlich gut. Nice. Sehr nice. Das ist ein Funfact, Leute. So, damit du Bescheid weißt. Weil ich muss dich ja kultivieren, wie gewisse Leute. Gewisse Client-Nutzer. Alle werden wissen, wen ich meine, aber... Ach Junge. Verrät doch einfach gar nicht über sowas. Also nein. Nein. Halt die Bresse. Shut the fuck up. Nein. Okay. Okay. Perfekt. Trash-Talk. Tower hat perfekt funktioniert. Hä? Bei mir... Gibt's keinen Tower in der Config. Hä? Ja. Die gehen ja relativ schnell zu Ende, ne? Sagt der auch... Die vorletzte Runde war vier Minuten. Ja, aber das war halt auch so, weil... Riesen-Map. Keine Leute in der Nähe. Und... Hier... Drei Teams, die man töten muss. Und... Holt man halt. Und ich krieg nichts. Ich werd so weggepingt von dir. Junge, ich hab auch nur vier Eisen im Inventar. Was für... Du wirst weggepingt von mir. Junge, was willst du? Okay, dann pingen wir uns gegenseitig weg. Perfekt. Ich glaube einfach der Legend hat uns am Anfang weggepingt. Das ist frech. Das ist sehr frech. Guck. Ah. Ja. Nice. Ich darf sowas nicht besitzen. Nein. Ist halt nur für den, äh, cooleren Menschen bestimmt. Äh, 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 äh. Hä, du hast den noch leben lassen? Der hat mich einfach noch attackt an. Ach so. Ich sag's dann. Digga. Ich frag mich, sowas geht hier ab. Ah, ich wollte das gut holen. Mann. Ja. Ja. Mann, jetzt holt er sich die Kids. Wie gemein. Ja, soviel dazu. Daneben noch zwei. Ich hab Bett. Und setzt wieder erst mal acht Jahre auf, Alter. Da kommt grad ein roter. Ich hol den erst mal. Ja, okay. Weil, ich glaub unser Bett in Bad Wars zu behalten ist dann schlauer. Ich bin dir unsicher. Nee. Ah, okay. Da hast du, glaub ich, den Gamehot nicht verstanden. Ja, okay. Gutes Argument. Es geht auch nicht um Betten in Bad Wars, Alter. Was laberst du? Junge, es gibt ne Angel auf diesem Server. Ja, und deswegen bin ich froh, dass es nuller Velocity käme. Das ist ein fairer Punkt, muss ich sagen. Oh Gott, ich hätte direkt die Rekelau reinmachen sollen. Schatz, hier ist das Bett. Ach, Digga. Gleich schmackst du. Ja, schon. Ist immer das schönste, das erste Mal hier in den Videos. Ja, schon. Ist eh das halt am heißen Quality Video auf deinem Kanal überhaupt, weil ich dabei bin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Red dir das nicht ein. Ich red mir das nicht ein, das ist die Wahrheit. Ey, Mann, die überleben immer viel zu lange. Ich töte die zwei oder drei, aber... Ja, einfach gut sein und das ganze Team holen. Ja, ich hol gleich einfach deine Mami. Dann bist du mal reise. Okay. Das ist blöd. Erstmal gleich in die Aufnahme reinhüsten. Let's go. So. Perfekt. Hat Team Rot, hat... Wieso hat Team Rot noch ein Bett? Ja, also... Da rede ich die ganze Zeit drüber vielleicht. Aber ich hab mir jetzt Sharpness gekauft und jetzt überleben die noch kürzer und dann hol ich mir jetzt... Disconnected. Haha, Mann, Alter. Ja, ich möge euch. Ne, äh... Merken für sich selbst. Niemals mit Tizzy aufnehmen. Geht alles schief. Ist alles sein. Scheiße, Tizzy. Ach so. Da sind wir dann jetzt wieder in der letzten Runde. Äh, wieder, ja. Doch eigentlich schon für uns schon wieder rein theoretisch. Ja, so. Dinge sind passiert. Aber wir spielen auf jeden Fall die letzte Runde hier auf Mineblaze. Ich hab wieder keine Blöcke. Bau mal bitte. Ey, ich hab auch nur 8 Blöcke. Ich hoffe das reicht. Ja, reicht. Reicht, reicht. Bau mal einen. Oh nein, ich muss Max holen. Ach egal. Ich geh jetzt einfach in die Mitte. Ist mir scheißegal. Ich ignorier jetzt einfach alles und schon mehr Equipment. Ich spiel hier so nicht mehr. Oh. Hier liegt ne Dia-Hose, falls du eine brauchst. Wofür müsste ich in die Mitte gehen? Na. Ah. Das wär jetzt Arbeit. Naja, okay. Verständlich. Oder hol ich... Hallo, mein Kill. Meins. Hahaha. Okay. Wie du aber wirklich instinktiv dem nachgelaufen hast, den ich schon angehltet habe. Das ist wirklich... Schon, schon nice auf jeden Fall. Oh, Mann. Ja. Oh Mann, hier sind richtig viele Kills. Ich muss dabei essen. So, alles meins. Alles meins. Ah, okay. Oder du kommst um abzustauen. Ja, äh, 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 äh. Ich versteh das schon. Ey, das ist ne Team-Spiel. Das ist ne Wirkung. Haha, das ist ein Team-Spiel. Ja, da hast du eigentlich Unrecht, ne? Ne, also ist ja schon Sky-Boss-Duo oder sowas. Ja, ne? Ja. So. Ja. Wir sind hier ein Team. Der hat einfach gar keinen Knockback-Word, wenn man das für alle fällt. Und da hinten sind Angelspieler. Ich seh das von Meilen, Alter. Die chillen da richtig. Hm, da unten fehlt noch einer. Haben wir ne Änder-Kerle? Nö. Ja, aber du dich mal, das ist sicherer. Ja, schon. Besser ist. So. Ja, jetzt dürfen wir in die Mitte laufen, wenn der letzte Typ da unten irgendwo ist. Boah, hättest du jetzt wieder einen Block so vor mich platziert. Na dann, also dann. Das hätte ich fast aus Reflex gemacht. Äh. Ach, da hinten sind noch welche. Ich überlasse sie mal die langen. Ich hab keine Spitzhacke. Hast du eine? Äh, ich hab ne Holzspitzhacke. Äh. Der Typ kommt aber grad. Warte. Ah. Ja, ich geh da mal zum anderen, ne? Ja, ich hab den Kill geholt. Immerhin mach ich den. Und der andere ist runtergesprungen. Ja, perfekt. War nur super. Jawoll. Ja, wir haben beide 5 Kills. Ist auch wirklich, ja. Top. Ich sag ja Teamspiel. Ja, echt mal Teamspiel. Alles so. Ja, High Five für Minecraft. Äh. Kommt. Okay, perfekt. Ja, okay. Dann lasst kein Abo bei Hissi da oder so. Mein Spaß. Abonniert den Hisser. Abonniert mich. Abonniert mein Arschloch. Ja, schon. Und, ja. Wir sehen uns beim nächsten Video oder bei seinem nächsten Video wieder. Und kauft alle den Rayo Icarus HDLP Client. Ja, schon. Hau rein. Tschau, Leute. Tschüss.